Häuser, Hafen, Schmiedkitsch, so, 4600, sehr gut, das heißt, jetzt werden wir gleich Meisterhändler, hier, 4000 Gold, das heißt, du hast jetzt hier dreifache Wirkung der Fähigkeit, also 21 eigentlich, gucken wir, ob wir damit mal Richtung 100% kommen, also, dass man zum eigentlichen Wert kaufen und verkaufen kann, das wäre schon ganz schick. Welchen Tag haben wir eigentlich? 10. Oktober, war das jetzt im Oktober, September? 23. September, wir sind dran vorbei, 21. Dezember wird der nächste, werde ich auch verpassen, das sehe ich jetzt schon kommen, die Mission wird ewig dauern. Und wir haben immer noch keinen Klassenlehrer für Lay gefunden, das ist nicht ganz so schön. Meteor Regen. Piu, 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 piu. Die freut sich so schön. Na gut, die hat das geschaffen, auch so. Komm her. Geh weg. Bisschen Taschengeld. Und dann sollten wir eigentlich zurück nach, wo war das überhaupt, Freehaven, ne? Ja. Du, Stadtportal, Freehaven. Und dann im Westen. Wo weisen? Nein. Du, flieg bitte. Weil wir es können. Und weil wir nicht mehr abgeschossen werden. Was warst du denn für ein alter Geschick? Na, falscher Monat. Da fällt mir ein, wir wollten eigentlich zu dem Orakel vor ein paar Folgen, oder? Ich glaube, wir waren auch in Burg Iron Fist. Aber wir waren nicht beim Orakel. Ja. Ja. So, hier. Du. Und wir schlafen hier nochmal vorher. Au, das wollte ich nicht. Schlafen. Schlafen. Auge, Fackellicht, Segen. Und das Grab von Ethric, dem Verrückten. Du, Heldentum. Du, Schutz vor Feuer. Du, Schutz vor Strom. Du, ganz viele tolle Sachen. Du, Schutz vor Kälte. Wir haben 893 Gold. Das ist so wenig. Ähm. Okay. Okay. Wow, das war knapp. Kleiner Spur. Geh weg. Geh weg. Liesch ist näher. 500 Gold. Schon so wieder 4-stellig. Aber wir hatten vorhin hier... Oh. Au. Genau. Schöne Panellreaktion. Einfach stehen, bleiben in dem Raum, wo Feuerbälle geschossen werden. Was ich sagen wollte. Ich glaube, wir hatten vorhin einen Knopf gedrückt. Also könnte jetzt hier hinten die Tür offen sein. Nö. Dann haben wir da am Osten noch was. Genau, die starken Litsche. Vor denen wir eigentlich weggelaufen sind. Du bist nur normal, Litsch. Du bist einschusstot. Aber hier... ...ist ein Litsch-Lort. Der braucht schon einen Ticken mehr. War aber auch sehr gut machbar. So, Wunden heilen bei dir. Du kommst mit... Da ist der Knopf. Oh. Krafteilung. Könnten wir bitte einen von euch zur Zeit haben? Groß Litsch. Was zur Hölle war das? Alle Zauber sind weg. Weg mit dir. Segen. So, jetzt buffen wir erst mal wieder hoch. Fackelicht. Hey, den Tue. Schutz vor Stromzeug. Schutz vor Feuer. Ganz viele tolle Buffs. Äh, wie, 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 was fehlt noch? Nix. Gut hier. Also, du, du vor. Wenn man da jetzt einfach reinlaufe. Oh, oder so. Litsch-Lort. Hallo. Und goodbye. Au, 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 au. Äthric. Hallo, Äthric. Bye, bye, Äthric. Totenkopf. Äthrics Totenkopf. Da haben wir noch bestimmt einen Auftrag für. Kurz innehalten mit dem Monster töten. Haben die Monster auch ganz viel Respekt vor. Vor dem Tagebuch. Ähm, 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 ähm. Da. Besorge für Gathriel, Cartman und Freehaven den Schädel von Äthric. Okay. Woo. Litsch-Litsch-Lort, Litsch-Litsch-Lort. Komm. Komm, 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 komm. Oh, oh. Ist nicht gut. Du hast eine Schriftrolle für Tote auf Erwecken. Spieler ist tot. Das ist der Punkt. Ah, okay. Ich dachte schon. Nee, der Spruch funktioniert nicht. Das Ziel ist tot. Wie viel Minus hast du? Oh. Repariert. So. Wie viel Minus hast du denn? Minus zwölf. Ja, das sind ein paar Tränke, ne? Geschafft. Geschafft. Und du siehst nicht gut aus. Bist auch noch schwach. Und nein. Du masches Auge. Du Fackellicht. Du. Und nein. Es sind nur noch zwei Gegner. Würde ich eigentlich ganz gerne töten. Aber ich habe nicht so wirklich viel Vertrauen in die Gruppe gerade. Oh, schau. Okay. Okay, 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 okay. Ich sieh's ein. Ich sieh's ein. Du kannst gleich deine nächste Schriftrolle benutzen. Und wir ziehen uns schnell zurück. Werden hoffentlich nicht überfallen. So, Feuerbälle. Hier sicher. Ja. So, wir schlafen. Aha, okay. Fackellicht. Segen. Zurück durch die Feuerwelle. Schatz für Feuer. Das war sehr knapp. Heldentum. Aber wenn jetzt hier Aetheric war und seine Spießgesellen, was ist denn im Raum links? Also im Westen. Sehr komisch. Na gut, du, Schild, du, ganz viele tolle Buffs. Du verbrennst alles, was du siehst. Psst. Wir werden sofort entsaubert. So, du. Segen. Hauen. Hauen. Zaubern. Hauen. Zaubern. So. Du, Licht, bitte. Du, Plünder. Ho, 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 ho. Warte mal kurz. So. Ein Saphir für 3000. Eine sehr ordentliche Kettenrüstung. Ich weiß nicht. Ein Umhang. Immer schön gucken, ob noch was drin ist, nachdem er es geplündert hat. Du zieh das mal an. Du verkaufst das denn später. Das Ganze ihm. Das sollte auch repariert werden. Du bist in Ordnung. Ich weiß nicht. Eine Krone. Eine Allmachtskrone. Verzaubern. Zauber. Plus elf. Naja. Nix. Okay. Heiliger Hammer. Typ Hammer. Wird verzaubert. Wird verkauft. Beidhändige Axt. Wird verkauft. Und Gold. Fliegende Faustkant weg. So. Ist hier noch was drin wieder? Nein. Hier auch nicht. Du kommst mit. Du kommst mit. Das ist garantiert eine Geheimtür. Oder auch nicht. Tong, tong, tong. Tong, tong, tong. Nein. Okay. Du verzauber. Hammer. Plus eins auf alles. Angriff plus elf. Angriff plus neun. Oh, der ist gar nicht so toll. Oder das Ding ist sehr gut. Eins von beiden. Zwei D4 plus elf. Zwei D5 plus neun. Dafür mehr Angriff. Äh, elf bis neunzehn. Dreizehn bis neunzehn. Ja, ist besser. Okay. Hier. Wenn das Ding jetzt nicht auf ist, dann weiß ich auch nicht. Oh, ist offen. Schutz vor Feuer. Schutz vor. Oh, zu Helle kam das hier. Fuck Licht. Jetzt haben die durch die Wand durchgezaubert. So ein Fähr. Groß Litsch. Die Segen schießen. Weg mit dir. Du bist ein Litsch-Lord. Heilen dich. Schießen. Zaubern. Zaubern. Alle heilen. Wo lebst du immer noch? Kraft Heilung. So, Litsch-Lord ist tot. Ihr seid noch kleine Litsche. Oh, ihr bist ein Großlitsch. Okay. Kraft Heilung. Okay. Weg mit dir. Sie hauen. Du heil dich selbst. Du lebst nur noch. Du kannst aber nicht getroffen werden. Also, großen zwei. Das ist nicht gut. Du hast nämlich keine Zauberpunkte mehr. Fliegende Faust bringt bei dir nix. Stunden der Kraft. Player ist not active. Ta-da. Hau sie. Hau sie alle tot. Nicht genug dran. Da, Kibi. Gerogon rettet uns. Und tot. Hufala. Aber, ganz viele Särge. Und ganz viele Särge verspricht ganz viel Loot. Sag ich ja. Nur leider können wir es nicht identifizieren, weil sie K.O. ist. Wir könnten jetzt theoretisch schlafen. Ja, bei unserem Glück sind die Buffs weg und Gegner spawnen. Aber, was soll's. Glück gehabt. Okay. Auge. Fackelicht. Du hast da einen komischen Ring. Oh. Verkaufen. Das bitte reparieren. So. Und reingucken. Zing, zing, zing. Weg, 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 weg. Bald haben wir keinen Platz mehr bei dir, aber ist okay. Den verzaubern. Den verkaufen. Ho, ho, ho. Kostbarer Ring. Ring der Verteidigung. Oh, wird langsam peinlich. Hier ist nix. Ein Ring. Versteck die Wirkung aller Luftzauber. Oh, das ist ein sehr schicker Ring. Hier, hier, hier. Der Täter kann weg. So. Die da bitte verzaubern. Ja.